Hallo liebe Zitterfreunde, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute möchte ich ganz gerne einmal über Gyroglof reden. Gyroglof ist eine Firma, die eine Art Handschuh entworfen hat und die wirklich Patienten mit dem Zittern hilft. Ich stehe mit der Firma seit gut drei Jahren mittlerweile in Kontakt, habe deren Produkte getestet. Die sind immer noch in der genauen Testphase. Es hat sich unheimlich verändert, als ich das allererste Mal da war, war es eine riesen Apparatur. Da brauchte man fast einen Koffer, um wirklich diese Apparatur zu bedienen. Das ist wirklich kein Scherz, es war also ein Riesenteil. Das hat sich mittlerweile verändert und nächste Woche gehe ich hin und teste deren neuestes Modell. Und das soll jetzt wirklich diese finale Phase auch sein, wo dann einfach nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen werden können, wenn nötig. Und ich werde euch dann nächste Woche davon berichten, wie es war. Ich bedanke mich, dass ihr euch da eingeschaltet habt. Und nächste Woche gibt es dann ganz interessante News dazu, hoffentlich. Ich bedanke mich, dass ihr euch da eingeschaltet habt.